weiter geht's im kampf gegen die drogen karine darf jetzt kämpfen und freut sich schon total bericht wörtlich im kampf im kampf auf geht's was ist das? was ist das? oh man was ist das? was ist das? wir haben einen Nachkampf beendet ohne unseren Hut zu verlieren ja man 13 mhm sonnerstag nacht 3, 9, 2 alle wetten sie hier guck mal Gras 5 4 5 3 8 8 10 10 10 10 11 11 11 11 12 13 15 Oh komm, steck ein. Hoffen sich die sehr viele. Morphiol. Von Morphiol. So this must be how those two bombs standing guard take their wages. Mhm. Mhm. Fault damit. Das war's ja eigentlich, ne? Wenn's nicht. Kann ich das Ding eigentlich wieder ausschalten? Keine Ahnung. Ich würde keine Ahnung. Weil ich die Untersuchungsmusik jetzt gar nicht höre. Vielleicht muss ich nicht mit ihm unterhalten. Ach so, das ist natürlich... ...ne Möglichkeit. Das wird dir 50 Jahre für deine zwei Freunde geben. Eine weitere 30 Jahre für Stuhl von Uncle Sam. Du wirst, wenn du hier 110 bist. Imagine die Veränderung, wir sehen. Ich werde die Message bekommen. Wie viel wird das mir kosten? Oh, du hast die Message schon nicht verstanden. Ein paar Antworten, mein Freund, ein paar Antworten. Wer verwendet die Morphine? Ich weiß nichts über das. Guck mal, es wird jetzt gut. Na, das Morphine wird doch geliefert von... Rames, oder? Ja. Er nannte Jones als Verkäufer. Es sagt aber nichts über den Lieferer. Nein, das ist Otto und Rames. Das ist doch verrückt, oder? Warum haben wir denn schon hier nichts da drin? Das ist auf jeden Fall so, er sagt die Unwahrheit. Mhm. Zwei. Wir haben es doch aber eindeutig bei ihm da. Diese blöden Aufkleber. Sontiert mich das? Wer liefert das Morphium? Davon weiß ich nichts. Dieser Möbelladen. Ja. Mach mal nur anzweifeln, wenn was halt nicht richtig. So, wir machen dich für alles. Du bist der Fall-Guy von Mickey Cohen! In case, du hast es nicht bemerkt, ich bin ein kleines Mann. Siehst du irgendwelche Juh-Juh-Juh-Juh-Juh-Juh-Juh? Ich bekomme meine Kette. Lenny Lefink kontrolliert die Aktion. Lenny, wer? Lenny Finkelstein. Micky's Dipshit-Brother-in-Law. Das ist richtig. Was ist das mit Frema's Removals? Ich habe ein Radio von da. Das ist alles. Na, das ist ja mal. Tja, aber wir können es wieder nur anzweifeln, weil wir in einem Notizbuch leider nichts suchen. Dazu haben. Gerade so eine Notiz. Jetzt haben wir es mit Fritze-Rotterisch rein. Ne, dann können wir nur anzweifeln. Ach, bitte bist... Da ist der Pumper, der Knopf. So, wenn wir besitzen Rema's Removals, und wir sagen, dass wir eine spezielle Buchkase, eine Wardrobe, um unsere Dope zu schicken, werden wir in? Und wenn wir sagen, dass unser guter Freund Germain senden uns, und gesagt, dass sie ein schönes Deal für den LAPD... Ich könnte einen Akt, wie Sie, auch. Die Fuchs Abbott und Costello sind auf dem Schlag. Hollywood könnte noch ein paar unendlich unfunny White-Bread-Humps, wie Sie. Sehr gut, Germain. Du hast Charakter. Jetzt riech es auf. Rema's ist ein guter Freund von Lenny the Fink. Verstehst du das Bild? Wo ist der Link zwischen Morphine und den Numberslips? Oh, ich bin sicher, dass es ein Link gibt. Oh, ich bin sicher, dass es ein Link gibt. Noch mal ein Notenbuch gucken? Ich weiß gerade nicht. Zwischen Morphine und Lotterie. Alle, die Morphine hatten, haben auch Lotterielose. Schuld? Was war Schuldschein? Nee, das war ja... Wollen wir es einfach versuchen mit Lüge und dann mit dem? Ottis illegales Wettgeschäft? Was ist mit dem anderen Lotterieschein da oben? Also eher wenigstens anzweifeln. Wenigstens anzweifeln auf jeden Fall. Was ist denn mit dem... Nee, mit dem... Zwei runter? Mit dem Lotterieschein? Ha? Teil eines Wettscheinsausschrift. Teil eines Überdosisopfers. Was? Ich sag ja zwei oder drei. Ich würde jetzt drei nehmen und dann aber den Lotterieschein. Den Lotterieschein? Weil wenn es nur anzweifeln ist... Nee, dann haben wir halt wieder was falsch gemacht. Warte mal. Was ist die Verbindung zwischen dem Morphium und dem Lotterieschein? Es gibt keine Verbindung. Sie verschwenden ihre Zeit. Ich würde direkt nur anzweifeln nehmen. Ja, mach, mach. Du spielst gut. Da komm ich aber nicht anders raus irgendwie. Ja, mach, mach. Du bist weder rat die nächste Leitung in der Leitung oder du spielst das Rest dein Leben in jäu. Und dann? Willst du das in Schrift, scheiße? Mach sie alle in. Wir haben eine Bezahl, oder? Wir sind nach dem Morphium. Ich spreche mit der DA auf eurem Aufwand. Du hast keine Worte. Jetzt haben wir doch wieder drei Verdächtige, oder? Ja, hör auf, hör auf! Mindestens, oder? Ich glaube, inzwischen sind es schon acht oder so mit den ganzen, die da noch dazugehören. Die mit dem ganzen Kacken. So, jetzt noch die Eisfabrik. Der Polarbär, Nummer neuner Polar. Du kennst den Weg, du kannst fahren. Nein, wir kennen den Weg nämlich nicht, wir haben auch keine Karte. Nein, 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 wie gab's damals noch nicht? So, Mickey Cohen, oder Jack Drackner, stole the Army's surplus Morphine, and they are selling it on the streets? Looks that way. But the mob wants to return customers, not corpses. Why haven't they cut the Morphine? Good question, Detective. This robbery happened months ago, right? The beginning of the year. So, why are the proceeds suddenly turning up now? Another good question. But where does it get us? It's like asking questions in the middle of the movie. If you just sit tight and keep your yap shut, we'll find out what happens. We need to follow the evidence. What does to get us? Yeah. Blue room, just laugh. Blue room has also another one on us. The battery is closed. Has spent three years. How much call for ice anymore, with all those newfangled refrigerators. Save it for someone who wants to hear it. How many janitors carry a GAT? That's one way of announcing we're here. Hello, we're here. LAPD, hands in the air. Done, my friend. My brother-in-law hates my guts. Come and get me if you want some daylight girls. So to you. Oh god, he is so good. We're here. There's one, there's one. There's one, there's one. There's one. There's one. There's one. Very good. Links, links. Links is he. Behind the... Oh, there's one. Oops. Okay, that's what we're going to do. Now we're going to know where. So it's like we're going to do the first. Oops. Oh, there it's there. Oh, there it's there. This is closed. This is closed. Hello, Clued. How much call for ICNR with all those newfangled refrigerators? Unerwartet. Save it for someone who wants to hear it. How many janitors carry a GAT? How beautiful. He's locked out of his head. Pow! There's one way of announcing we're here. In front of the way Cowboys. Yeah. LAPD, hands in the air. You're done, my friend. My brother-in-law hates my guts. Come and get me if you want some daylight girls. I'll sue you. Let's go! Let's go! Watch out! There's the first one and the other guy. Very good. Run! Why won't he run? I don't care. He's there. He's there. Ah! Oh, there's another one here. Oh god. Oh god. Run! Cole, run! Oh god! Oh god! Oh god! Oh god! Yeah, I think so! Hey, Charlie. To the room. Oh god! 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 Ah, I'm sorry. Oh god! Oh god! Oh god! Mausti, mausti, mausti! Scheißmausti! Ahhh! Da! Mann, oh! Duft mit der Maus, oder? Äh! Äh, um in Deckung hinter eine Ecke zu gehen. Das geht doch eh wieder nicht. Jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Drücke A und bewegen. Ah ja, schön. Hinter dir. Hinter dir. Der ist vor mir. Nein, der läuft irgendwann gleich hinter dich. Mann, diese verkappte Pisse mit dem Blöden da. Mann! Achso, jetzt ist er noch vor dem. Ja, jetzt hat er den Pasta. Soll ich die Crew meine Waffe ohne zu gehen? Oh. Okay, schießt die Wehr. Ja, schnell. Nein, nein, nein. Alles klar. Ja. Ha! Habe ich ihn denn hier? Angezeigt? Ja, jetzt hast du ihn oben drüben. Ah, fuck. Jetzt bin ich in der Satur hier dran! Ich dreck mich durch! Nachher! Wie soll man denn so arbeiten? Das geht doch nicht! Jetzt geh von dieser verkackten Pisse da! Diese Pisse! Sorry, aber... So kann ich auch nicht sehen, ne? Ich bin da... Ich bin da... Ja... Das... Der ist fast! Ach so! Ich bin da einfach... Wow! Oh, der geht vor. Das finde ich ihn ja nicht. Ich bin da nicht. Wo schießt denn der her? Ist der da schon gut? Ich bin da... Ich muss da malen weiter nehmen. Hallo? Sie verzieht vorhin! Der Lug! Der Lug! Der Lug! Der Lug! Der Lug! Ich bin da nicht. Ich bin da nicht. Ich bin da nicht. Der ist doch hier irgendwo. Ja, ja. Der wird auch nach unten angezeigt. Nicht nach oben. Einer ist noch irgendwo. Da hinter ist er. Komm! Scheiße, ne? Scheiße, ne? Ist aber scheiße. Ne, deine wieder. Du hast deine wieder. Ist alles gut. Einer ist noch oben. Was sagt? Der da drin ist? Okay. Jetzt geht's raus hier. Wie viel dich freust. Der ist oben. Ja, wie komme ich denn hoch? Weiß nicht. Wer sitzt da? Dein Freund und Partner. Ach so. Schade. Freund, Freund! Da geht's hoch. Gib mir etwas verdammt Koffer! Oh, oh Gott. Ah, da. Da. Sie sind alle tot, Finkelstein. Lass die Wehle und jetzt deine Hände hoch. Ich setze meine Hände hoch. Klar. Dann was? Kopp der Peddling, der Dope? Cut ein Deal? Schade mich auf die Queue? Alsbald ich locket bin, ein altes Freund legt ein Eispick über meine Hände? Nein, danke. Nur eine andere Weg raus. Schadehiel. Also komm zurück. Alter! Können wir jetzt da wieder einsteigen oder stecken wir jetzt vorne ein? Ich habe keine Ahnung. Oh, gut. Mach ihn fertig. Alter! Kleiner Papa so richtig! Schadehiel. 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 Sobald ich mich hochgedrösen... einen Eispick über mein Eher? Nein, danke. Da dring dich auch um! Backe leer! Wie war's ihm? Kann ich die aufnehmen? Brauchst du nicht? Du brauchst einfach keine mehr. Okay, dann pass auf! Genau, was auch immer in der Kiste ist, sehen wir in der nächsten Folge. Das darfst du dir anschauen. Bis dann!